Robin? Ja, möchtest du begrüßen? Nein. Ja Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play. Minecraft. Übrigens, wer die letzte Folge gesehen hat, hat gesehen, dass ich Freundin geschrieben habe, möchtest du meinen Theoret haben? Dein was? ist die Antwort. Dein was? Hashtag Schleischwerbung. Jetzt kommt es. Guck. Minecraft. Mindestens. Hä? Minecraft. Autokorrektur. Folge 150. Dann ist das mal wieder so. Hä, 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 Mann. Erkläre ich dir. Sie kläre ich mich. Was? Alter Autokorrektur. Ich mache ihn aus. Erkläre ich dir gleich noch so. So. Soße. Essen. Futtern. Wer denkt gerade an Essen von euch? Also ich nicht, natürlich. Wah, eine blaue Spinne. Geh weg. Spring mir nicht mal in die Fresse rein. Das ist nicht später an der Lächelweine. Lächelweine. Oh, nee. Das ist Spider-Man. Spider-Man. Ich habe einen Sporna. Ja, mach kalt. Ist kalt. Andesit? Jetzt habe ich auch noch Andesit. Hä, wo ist der Unterschied? Under dem... Under dem... Keine Ahnung. Was von all dem Kram brauche ich jetzt? Keine Ahnung. Das, was wichtig ist. Jetzt baue ich die ganze Zeit Andesit ab. Das ist Diorit, das ist Andesit. Ah, okay. Ah, okay. Also Andesit ist anscheinend immer unter dem Diorit. What the fuck? Okay. Ja, dann bauen wir halt noch ein bisschen Andesit ab. Robin, kommst du mal hier rüber? Zu mir, bitte. Zu spät. Ich bin gerade am Kämpfen. Moment. Ja, soll ich? Ich tippe dich schnell. Nein! Ich habe ja was gefunden, glaube ich. Glauben ist gut. Wissen ist besser. Ja, deswegen lass mich gucken. Alter, es geht voll tief hier runter. Ja, ich weiß. Ich habe dich graben gesehen. Ich bin an dir vorbeigelaufen. Ich glaube, ich habe hier mal ein. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir haben noch nie eine Kiste gefunden. Hier unten. Doch, ich habe eben eine gehabt. Ah, ich habe keine gehabt. Eine andere? Äh, Brot. Ach so. Also nichts Besonderes. Scheiße. Ja, nee. Kommst du trotzdem mal bitte hier rüber? Sofort. Lass mich eben gucken, was es hier noch gibt. Dann komme ich. Du erscheinst. Wie auch immer. Äh, was? Boah, du Sau, Alter. Du musst immer rülpsen in den Videos. Das finde ich so super. Hauptsache, was ich lustig finde. Habe ich das letzte Mal gesehen in einem Video vom Krieger. Mal haben sich viele darüber beschweren in den Kommentaren. Du trinkst Alkohol in deinen Videos. Das geht ja mal gar nicht. Ich fühle mich irgendwie lächerlich. Ich habe das einfach gelassen. Wenn er doch in einer Bar sitzt. Ist doch klar, dass man Alkohol trinkt. Nein. Nein. Ich gehe nicht in eine Bar, um da, äh, Wodka, äh, Wodka, Wodka sei schon, äh, O-Saft zu trinken. Ich denke irgendwie immer noch an Wodka, aber das ist eine andere Geschichte. Rommel, du und deine Saufsitten hier, ey. Meine Saufsitten? Ja, deine Saufsitten. Ah, komm, meine Saufsitten. Sag nichts von mir. Ich sag nichts von dir. Nein. Du musst schön selbst erzählen. Ich. Ah, komm, jetzt hast du angefangen. Jetzt sind die Leute neugierig. Na gut, also, Kinder. Wenn ihr mal Abschlussfeier habt. Neunte Klasse? Ja. Noch schlimmer? Dann achtet da drauf, dass ihr nicht so viel trinkt. Genau. Weil sonst kann es sein, dass ihr Krankenschwestern kennenlernt. So. Das war jetzt das Wort zum, wann kommt die Folge hier? Irgendwann im Dezember. Warte, 151, wann kommt die letzte Folge nochmal? Am ersten, ne? Am ersten Dezember, genau. So, das heißt, ähm, dann kommt, äh, 145? 145, jawohl. Ne, 144 ist die neue. 144, 145, 148, Leute, ich bin gerade am Kalender, 100, 49, 151, das war das Wort zum Samstag. Ich hoffe, heute ist, ich glaube, heute ist Samstag, wenn ihr die Folge guckt. Ja, Samstag, der 22. Dezember. Dezember, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nebenbei, wir nehmen das Ganze am 26.11. auf, also einen Monat vorher. Genau. Ja, wir produzieren einen Monat vor. Ja, richtig. Weil ja nicht, ja, das ist ja nicht so wichtig. Ja, okay. Jetzt hast du es gesagt. Ja. Scheiß, Alter, ich habe einfach zu viel Undersseed mit. Was ist Undersseed? Das ist auch so ein komischer Rohstoff. Okay. Den kann ich aber voll nicht unterscheiden von dem anderen. Kommst du trotzdem mal bitte jetzt zu mir? Jetzt chill doch mal, ich habe hier selbst gerade Ander unter dem Sitz. Was? Andersseed. Ach so, Andersseed, oh. Ja, was brauchen wir jetzt eigentlich, Diorit oder Andersseed? Ich nehme alles mit. Ja. Ja, wenn ich alles hier mitnehme, hier sind irgendwie drei oder vier Erze aneinander gebündelt. Ich nehme unter dem Sitz mit und ich nehme, äh... Diorit brauchen wir nicht, ne? Diorit, klar. Granit. Oh. Granit brauchen wir nicht so sehr, ne. So viele Sachen, na, warte mal. Obwohl, du hast in den letzten paar Folgen gesagt, du brauchst Granit und willst Granit haben. Ja, da haben wir jetzt genug von, Robin. Ja, gut, okay. Soll ich mal zu dir erscheinen? Mainz. Mainz? Wie Essen? Ja. Oder wie Köln? Nee, wie Dortmund. Was ist denn deine Lieblingsstadt? Fällt mir gerade mal so auf, wollte ich mal fragen. L.A. L.A. Nee, ich meine Deutschland. L.A. Von Deutschland. Moskau. Na gut, Peking. Oh, Andersseed habe ich jetzt viel. Ich habe nur fast ein Stack Diorit und Andersseed habe ich jetzt fast vier Stacks. Na gut, hier ist nicht mehr viel zu sehen. Warte, wie viel hast du jetzt Andersseed? Vier oder so. So, kommst du dann trotzdem. Oh, warte, ich tippe mich mal zu dir. Ja. Rock. Mann. Hype. Gun. Ah. So, hier ist Diorit, ne? Ja. Ja, ist Diorit, okay. Guck du dich nochmal ein bisschen nach Ärzten um. Ich bin dabei, ich habe hier hinten schon. Mach dich einfach mal voll mit Diorit. Diorit, oh, warte, was hast du mehr? Diorit oder Andersseed? Andersseed. Gut, dann mach dich mal voll mit Diorit hier. Okay. Kein Ding. Diorit ist heller, ne? Ja. Kannst du kaum von den normalen Stammunterscheidungen dazu sein. Hm, okay. Das habe ich mir schon gedacht. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert. Ach, ja, das, okay, okay, okay. So, ich bin jetzt gleich voll. Schon wieder? Ja. Wie immer. Halt es mal. Ich liebe dich. Nicht. Ja. So, ich bin voll. Wie immer. Halt einfach die Fresse. Zwar ohne Spaß. So, ich hätte jetzt gerade die Idee. Du hast eine Idee. Ja, wir müssen nämlich eben eine anderthalb Minute die Folge beenden. Schon wieder? Ja, schon wieder. Legt mich. Wow. Nein. Ich hätte die Idee, wir könnten jetzt gerade mal den Kollegen in die Aufruf, aber dazu holen. Ja, okay, mach das. Und der spawnt ja nämlich dann da, wo wir hin müssen. Genau, richtig. So, warte, dann schreibe ich dir mal. Obwohl, das mache ich in der nächsten Folge. So, Leute. Ja, komm. Ich baue noch ab und nimmst du an. Auf einfach. Ja. So, äh. Verabschiede du mal. Ich hab keine Lust. Ja. Die nächste Folge begrüßt du übrigens. Was war jetzt Folge 100? Was? 51. 51. Jawohl. Das war Folge 151. Ich. Immer den Kram hier mit dir oder unten liegt. Together. Halt die Klappe. Ich bin ja mal abmoderieren. Ähm, ja. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und wenn ja, dann lasst mir deinen Daumen da. Einen Daumen nach oben. Wollte ich. Wollte ich gerade sagen. Wollte ich noch hinzufügen. Ich hab in meinem Video heute auch gesagt, einen Daumen nach hoch. Ah. Hab ich gedacht, ich mach irgendwie einen Bladi nach. Na, egal. Bisschen. Ähm, ja. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und man sieht sich in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Ja, Leute, ich muss mich dann auch verrabschiedern. Genau. Kommst du nochmal hier runter, bitte? Hier liegt noch ein bisschen Diurik. Ich komme. Gut. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge von uns hier gefallen. Ähm. Ich denke schon, ne? Ja. 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 Äh. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal.